Ich bin Wolf Fuss und neben mir ist Hansi Küpper, der mit seinem Sachverstand das Spiel heute mit analysieren wird. Hallo Wolf, es ist toll hier sein zu können bei dieser Atmosphäre. Ich kann dir vorstellen, er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Jetzt kann er nochmal draufhalten. Versenkt. 1 zu 0. Eisekalt am verdutzten Torhüter vorbei. Er macht das Ding ganz locker rein, das sind echte Torjägerqualitäten. Ja Freunde, wenn man es sich malen will, dann doch so oder nicht? Genau so sollte das doch hier beginnen. Sie haben das Tor gemacht, sie liegen in Führung. Jetzt brauchen sie eine Menge Konzentration und Coolness. Der letzte Ball kommt nicht an. Er sitzt. Reunited leicht aus. Und jetzt können wir darüber diskutieren. War es gut gemacht oder war es einfach schlecht verteidigt? Und mitten vor dem Tor herrscht... Saubere Anahme. Das ist eine gute Chance. Er bringt ihn. Der ist drin. War es das? Ist das der Siegtreffer? Starkes Tor. Wunderschön anzusehen. Das ist die Führung. Er versucht ihn da durchzuspielen. Jetzt hat er die Chance. Er ist eiskalt verwandelt. Gott, die legen ja los wie die Feuerwehr. Warum, bitte schön. Und das ist die Schlüsselfrage. Fühlt sich niemand für ihn zuständig? Und damit sind sie jetzt zwei vor. Das hört sich doch ganz vielversprechend an. Sie führen deutlich... Er bekommt den Pass in guter Position. Dazwischengegangen. Und abgefangen. Durch die Abwehr. Nee, so wird das nix. Abpfiff. Das war's. Einen.